Was bleibt heute herzlich willkommen auf 991it, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Fonzies Video, NFL-Game in Munich. Ich wäre sogar fast auch da gewesen, aber eigentlich wäre ich ja in Amerika, deswegen muss ich das gleich mit Absagen und so. Ähm, Fonzie, ich glaube Fonzie könnte der beste YouTuber der Welt sein, ne? Er ist so lustig, ich bin mal gespannt, wie er jetzt, ist das sein erster Vlog? Kann gut sein, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, ich glaube es wird lustig. What up YouTube? Today we're at the football game. She has visited the Buccaneers. I'd knock up anyone here. What he said, honestly? No, let's talk. Anybody can catch the smoke. Okay, like three touchdowns here if they blame me. Say sorry? I'm not gonna lie to you? It's actually crazy seeing a legend in the making. In the making. A legend. A legend, not in the making. Yeah? Where is he? Live in the flesh. Live in the flesh, Mr. TB12. It's gonna be a great game, I'm excited. It looks a little bit different, huh? My guy recording me, I'm recording YouTube, my boy. You on my vlog. How cool it looks like a NFL stadium. Hey, this is crazy though. Say something to us, say something to us. What's up guys? I got some Seattle fans behind me. Seattle visitors. Ich frag mich, ob viele aus Amerika rübergeflogen sind nach Deutschland fürs Game. Ja, oder? Bestimmt. Buccaneers today. I'm excited. I wanna see what they got. This guy, this guy, this guy first game. This NFL game, me too. You might go crazy. I don't know. This guy looks like a serious plan. But I drop him off. I'm not gonna lie to you guys. I'm hungry. I gotta eat. Tim Dank für vier. Nee. Nein. Ja. Nein, hä? Safe. Es waren viele Ami-Starer vor Ort. Nee. Nein, glaub nicht. Nee. Keiner. Paar. Nee, glaub nicht. Nur Ultras. Hab schon paar gesehen. Man, also, es waren einige, ja. Got it? Take a moment. Take a moment. Take a moment. Und Anfragen für Tickets gab's. Alter, was? Digga, da sieht man mal, was es für eine Kraft hat. Aber krass, dass so viele in Deutschland auch im NFL drum sind. Es wär voll krass, wenn ein NBA-Game in Berlin ist. In London und Paris gibt's so mal jedes Jahr, ne? Take a moment. I'm not gonna lie to you guys. I'm hungry. I gotta eat. Got it? I'm taking a video. Got my teammates here. Yeah. Yeah, man. Come on, let's stop. Come on, let's stop, huh? He won a C2. Bummer clock! Bummer clock. Hey, no one catches that. Hey, good catch, good catch. Sheesh! Black glasses, the neon, the neon shirt, black sweater, blue. Come on, man. This guy, this boy drippy as hell. Get one lip pickin'. Get one lip pickin'. Yo, what's your prediction for the game? Hey, so, I'm saying Tom Brady's gonna solve a nice bucket to start the game. My guy said bucket. What? Okay. I'm serious, I'm serious. I'm serious, I'm serious. I don't know a lot too much. You don't know a lot about football, so guys. I don't know. I don't know. I don't know. 21 to 16 or something. Guys, don't add him in the comments. I just heard that. Number 14 from the Seattle Homes, he looks like he's gonna go off. You might go crazy. Mecca? Apparently he's, you know, he's nice. He's nice, yeah. That's what I've been hearing. I'm saying it's a close game. I say it, I say it. It's an entertaining game. I'm not even gonna predict. I'm just gonna say like, yo, I'm just here for it. I'm just here. I'm just, I'm here for whoever wins. I can't block anyone now. Don't listen to this guy. This guy's captain. So we went around the whole stadium trying to find food trucks. It says Jamal. Jamal said there's food trucks here. Jamal passed here. Why is it allowed us to be proof? This guy has us running around the whole stadium. How's that my phone? He said out there. This guy here, this guy here, American food and he goes crazy. He said it. There's food trucks. There's food trucks. Oh yeah, by the way, we picked up a guy though. We'll sign a new deal with a new contract. We'll sign a new contract, you know. I want to make a bread. Money. Money. I want to jump on high. Wow. Come on. Come on. This might be crazy. This might be crazy. The Apple lover. Look at the boy TV. Come on man. I'm ready. He ready. He ready to rock and roll. He's ready to go. I'm ready to go. The fans are ready to go. I'm nervous. I'm shaky. I'm not even playing the game. I'm moving. The mood was crazy. Really crazy. The mood was crazy. They all shouted out. So both the players, Tom Brady and Co. Okay, but it's clear that they say thank you Germany and so on. But also the American reporters and so on. They all shouted out that the mood was crazy. So. The play list is nice though. But the play list is nice. Hey, you know what's crazy? If Marshall Lynch was playing. Peace mode. So guys, I got a big announcement. You don't know... How cool would that be? You know, your boys are going to be flipped. I'm not going to be flipped with Quinn. I'm just going to be there standing. But I'm going to be on the pitch when they flip with Quinn and do the... You know? The handshakes and everything. I'm back on the pitch. Woo! Let's get it. Let's get it. Bei NFL ist es so ein Ding, dass da immer tausend Leute unten rumstehen, ne? Warum eigentlich? die Leute unten rumstehen! Look at the legend! TV! The atmosphere is buzzing. This is crazy. I'm really pissed side. Mama, we made it. People did their spots. So. What's going on? Every year. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. Was tun wollen wir diese? Das ist jetzt schon wieder. Aber das sind wir? Das ist schon wieder. Das war es jetzt schon wieder. Das sind wir? Das ist jetzt schon wieder. Okay. Das coole ist, das war einfach, wie er sagt, ein normales Ligaspiel, ich dachte, das wäre so ein Showmatch oder so, aber das war richtig NFL-Liga, das war Liga, voll krass, das war das coole, also wäre es einfach nur so ein Spiel, wo es um nichts geht, so Freundschaftspiel-mäßig, wir gehen nach Deutschland, zeigen dir mal wie Football ist, aber das war einfach ein Ligaspiel, so wie beim Bundesliga in L.A. ist ein Spiel und die sind alle so Bayern, was weiß ich, oder Champions League-mäßig, voll cool. Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden, ich weiß nicht, wer wartet. Er könnte so cool im Content bringen, äh? Crow, achso, das war Crow, ich habe auf den Handschland geguckt, nice Crow. Das ist ein Freak-Games Show, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, ich habe gesehen, aber ich weiß nicht, wer der Name ist. So, die Leute, in den Kommentaren, wer dieser Mann ist, ich habe definitiv gesehen, wer das ist. So, meine Mannschafts kam zurück zu gehen, sie sind wieder wieder zurück. Das Mannschafts kam zurück, das Mannschafts kam zurück, hat einen bis 4 Cheeseburger, der auch eine, die mir mal wieder. Man, er ist selfish, wie auf dem PID, ihr werdet nicht passen die Ball. Ja, ja. Cool ist, was mir auch aufgefallen ist, das Cheerleader-Team kam mit. Oh yeah, das ist kein deutsches Cheerleader-Team, das sieht man von hier. Das sehe ich jetzt, dass sie nicht deutsch sind. Das ist das amerikanische Cheerleader-Team. Ich weiß nicht, wie man es macht. Ich weiß nicht, wie man es macht. Wenn man einen von einem von diesen Leuten hat, dann bin ich fertig für den Rest des Spiels. Der erste Hit, boom! Das war eine schöne Erfahrung. Ich weiß nicht, dass ich nicht viel gemacht habe. Ich bin live? Ich bin live? Ja, es geht auf YouTube. Was ist das? Leroy Sané. Ich weiß nicht. Das hier, das hier. Ich weiß nicht, was ich in der Backen, was ich machen. Ich war nicht viel. Jetzt sind wir wieder in der Boxen und die Spiel zu machen. Ihr könnt euch mal sehen, meine Reaktion. Ich sehe 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 die Gang. Lenni Krevis ist hier. Ja, Lenni Krevis ist hier. Bruno Mars. Das ist ein Muss. One thing I gotta say about American Football. The soundtrack is lit. Why are we looking like twins? Huh? Why are we looking like twins? Y'all wanna beat me so bad. So, the first quarter just finished. It's still 0-0. Tom Brady's out here putting up clinic. Ja, man. We haven't seen no touchdown yet. Buccaneers player missed a field goal to get the team up, but he missed it. Ja. Cool. The heat of golf. And now we're back, and now we're back. Ladies and gentlemen, we gotta stop a touchdown. What is that? What is that? What is that? What is that? And now we're back, and now we're back. Ladies and gentlemen, we gotta stop a touchdown. Let's go. The Buccaneers got a touchdown. And you know who threw the ball. This couldn't demand drop time. Oh yeah. Oh yeah. Here we go. Return now. Return now. Return now. Ooh. Goddamn! Der hat nicht auch gemacht, das ist ein Loser. Jetzt checkst du irgendwas vom Sport, ja. Man hat drei Versuche, um zehn Jahre zuvor zu kommen. Äh, ja. Vier. Wenn du einen Touchdown machst, dann kriegst du sechs Punkte, dann hast du einen Field Goal, bringt nochmal einen Punkt und dann haben die anderen einen Ball. Und wenn du den Ball wirst und die anderen fangen den, dann haben sie eine Interception und dann können die rein. Dann haben die den Ball. Und Tom Brady ist gut. Also da, ich gucke in einer Seite. Nee, vier, nicht stimmt. Ähm, das ist sechs Punkte und ein Bonuspunkt, wenn du triffst. Und man kann, wenn die zum Beispiel nicht schaffen, wenn die sicher sind, dann können die Field Goal nehmen und könnten einfach drei Punkte machen, wenn die kein Bock haben auf Touchdown zu gehen. Oder? Ja, aber viel mehr muss man auch nicht wissen. Da ist halt die ganze Zeit Pause gefühlt. 14-7. Aber das soll richtig geil sein zum Gucken. Ich hab jetzt wegen dir Fußballer der Hand. Ja. 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 Ja, ja. I can't sing like that, I imagine. Touchdown. Good. What's that? Is that the 4th, or what? Fumble! Yo, the QB sold that. How you fumble the ball not? Fumble, fumble, fumble. Fumble is when you're in Dubai forgets. What? Come on, man. I'm cheering for both teams right now. I haven't got a team. Not bad, not bad. Come on. Brayden, with a touchdown. See who? See who? See it being tough. He's too nice, man. He's too nice. I'm full. And they get the extra points. Wow. 21-3. Not looking good for Seattle, I ain't gonna lie to you. This game is exciting. I had to get my phone phone. Come back, come back time. It's a movie. 15-21. Let's get it. The Seahawks are making a come back. Right now, 16-21. 15-21, take me home, to a place. Look at my bed, my man sleeping in the back. I'm in love, where's my kid gone? It's like, look, my man sleeping in the bed. Come on. In the back. I'm in love, where's my kid gone? He sleeps like that. I'm in love, where's my kid gone? Everyone, look, you don't know the words. I'm not trying to sing for the camera again. I'm not trying to sing for the camera again. Wow, it's true. It smells like it's dark, you know? Yeah, I'm not going to do it. Put me on the bed. I'm ready. I can play the sport. I think I'm going to play the sport in my next life. Don't go like that. I'm from our school player, man. It's time to play the sport. Ladies and gentlemen, that's the end of the game. The Bucknears won that one 21. Seattle Seahawks 16. Overall, it's an entertaining game. Have fun. I hope you guys enjoyed the vlog. Definitely got to go back to another game soon. Tom Brady. Jetzt habe ich gesehen, wie der Wirf die ganzen Beispiele zurückhalten. Als ob sie... Hello, I'm so nice to meet you. So mäßig. Cenk! Kannst du da von Jochum hier ein Foto machen? Ja, das ist ein Game. Es ist ein Game. Es ist ein Game. Es ist ein Game. Sorry. Es ist gut. Ich bin nicht. 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 Wie alt ist Tom Brady? Ist er schon 40? Ich glaube schon, ne? Brady war nervös wegen Ulreich. Brady 3. Wie viel Geld hat Tom Brady? 210 Millionen. Ähm. Wie viel wert? Ja. 20. Das ist ein Handy. Ah, hier. 45 ist er, Alter. Junge, Junge, Junge. Aber als Quarterback muss man halt nicht so fit sein, müsst ihr wissen. Der hat nur den Ball und dann... Und der wird da ungetickelt. Dubai, Dubai? Jordi? Jordi muss noch Koffer packen und alles, ne? Hart. Jo, ich sag mal ein Jersey-Ton. Ich sag mal ein Jersey-Ton. Sorry. Ich sag mal ein Jersey-Ton. Ich sag mal ein Jersey-Ton. Mit 45 kannst du auch Torwart sein. Okay, das war für die Welt ein bisschen zu viel. Iniesta kann auch noch zappeln. Das ist ja so, Iniesta. Das ist ja so Goat-mäßig. Obi James... Ja, der, man versteht schon wieder das ganze System nicht. Er ist doch 45 und spiel. So geht es doch, ihr Wichser. Was wollt ihr von mir? We can be quiet. We let, we let. Mashallah. Honestly, you can't believe what happened today, man. First ever football game. What a great experience. I hope you guys enjoy it as much as I enjoyed it. Trotzdem fit, natürlich. Aber man muss nicht so fit sein wie auf anderen Positionen. More hab ich nicht gesagt, im Wichser. M-hm. Was war denn das? You guys enjoy watching this video, as I enjoy making it. I got some cool pics, cool video mess with cool people, Und nach dem 2, Fonzie ein A. Okay, cooles Video. Fonzie könnte die coolsten YouTube-Videos der Welt bringen, glaube ich. Für Deutschland auf jeden Fall. Wenn er noch mehr versucht, Deutsch zu reden... Ich dachte, es wäre weit auf Mannheim gegen L.A. FC. Ja, der hat da früher auch so Dings gemacht. Vlog Part 2 on the road. Stefan wohl Bayern. Aber es gab eine Phase, da durfte Fonzie nicht mehr YouTube machen. Das weiß ich. Da hat Bayern nichts verboten. Ich glaube, mittlerweile ist Jokka. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo oder ein Like da noch mal. Checkt den ersten Kanal ab. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, cool. Yes! rural pulsatora und kcmxswertsch war. Laie muss ich unbedingt Dryon einsatz hinzügen. Nehmt in der Losser columnar. Ein отс moltes dr了. Bescher Profes. Für die casos in den nächsten Woche. Wasst die Kerler im Winter. Filmet Avenger im Winter. Los мор tonicu-,